Hi zu Lucky Recipes! Heute gibt es ein cooles Basic Rezept. Wir zeigen euch, wie man diese frittierten Fladenbrote macht, die berühmten Budis. Budis oder auch Luchis, wie man sie bei uns im Bengalen nennt, bestehen aus einem ganz einfachen und schnellen Teig. Das einzige, was ein bisschen tricky ist, ist die Technik. Aber das zeigen wir euch heute Step by Step in diesem Video. Im ersten Step mischen wir unser Mehl für den Teig zusammen. In Indien verwendet man gerne Atta, ein spezielles Vollkornweizenmehl. Wir nehmen heute einfach normales 405er Mehl und mischen ein bisschen 1050er Dinkelmehl drunter. Ihr könnt auch etwas Vollkornmehl nehmen, Hauptsache das Schrot wird rausgesiebt. Es geht aber auch nur mit 405er Mehl. Dann nehme ich Kee oder Öl und massiere es gründlich in das Mehl ein. Achtet drauf, dass euer Kee flüssig ist, damit ihr es besser einarbeiten könnt. Werft es dazu einfach kurz in einem Topf auf. Bei so einem Teig arbeitet ihr am besten mit euren Händen. So werden auch kleine Klumpen vermieden. Ich nehme mir mal so viel Öl, bis das Mehl sich zusammenpressen lässt und seine Form behält, bis ich es wieder zerreibe. Das verbessert die Textur der Budis. Bevor ich im nächsten Step das Wasser dazugebe, öle ich nochmal meine Handfläche ein. Budi-Teig ist durch und durch eine ölige Angelegenheit. Gebt das Wasser immer nach und nach dazu und knetet den Teig so lange, bis ein Ball entsteht und er nicht mehr an den Händen klebt. Achtung, jede Mehlmischung braucht unterschiedlich viel Wasser. 15 ml mehr oder weniger können schon was ausmachen. Ich habe für diese Mischung ca. 80 ml Wasser verbraucht. Trotzdem ist es wichtig, mehr nach Gefühl zu gehen. Aber das Coole ist bei so einem Rezept, wenn man es einmal verstanden hat, kann man die Technik auf beliebige Mengen übertragen. Schaut, noch weicher sollte der Teig nicht sein, da die Fladen sonst beim Ausrollen nicht ihre Form behalten und stabil bleiben. Der Teig ist eher fest und etwas ölig, im Gegensatz zu Chapati-Teig. Deckt den Teig ab und lasst ihn etwa für 10 Minuten ruhen. Wenn der Teig kurz geruht hat, öle ich sowohl mein Nudelholz als auch die Arbeitsfläche ein, damit die Budis nicht kleben. Es ist wichtig, dass ihr kein weiteres Mehl zur Hilfe nehmt, das würde im heißen Fett sofort verbrennen. Ich nehme etwa 20 g Teig und rolle ihn zu einem 10 cm großen Fladen aus. Das Ausrollen mit so einem großen Nudelholz ist gar nicht so einfach, deshalb helfe ich ein bisschen mit den Fingern nach, um die Budis ein bisschen runder zu bekommen. Achtet beim Ausrollen wirklich drauf, dass euer Budi keine Falten schlägt oder ungleichmäßig dick ist, sonst gehen sie beim Frittieren nicht komplett auf. Um unsere Budis vor dem Austrocknen zu schützen, sprühen wir ein Handtuch leicht mit Wasser ein und bedecken sie damit. Ganz wichtig für die Kochtechnik ist die richtige Frittiertemperatur. Meine Mutter hat mir beigebracht, dass Öl muss richtig heiß werden, damit die Budis hinterher schön aufgehen. Wenn ihr einen Thermometer habt, wir haben hier so einen digitalen, dann liegt die Frittiertemperatur zwischen 185 und 200 Grad. Unseren haben wir euch unten verlinkt. Wir haben hier Frittierfett genommen, da es hoch erhitzbar ist. Dieses Öl kann zum Beispiel nur bis 175 Grad erhitzt werden und würde beginnen, bei höheren Temperaturen zu rauchen. Verwendet einen ausreichend hohen Topf, damit das heiße Öl nicht rausspritzt. Gebt ein Budi vorsichtig in das heiße Öl. Zuerst geht er unter, will aber nach einigen Sekunden nach oben steigen. Dann müsst ihr ihn mit einem Schaumlöffel immer wieder leicht nach unten drücken. Arbeitet mit leichten Druck und voilà, schon bläht er sich auf. Mein Schaumlöffel greift das Öl nicht besonders gut, daher helfe ich mit einem großen Löffel nach und gebe das heiße Öl direkt über den Budi. Das gibt dem nochmal ein extra Süß. Einmal umdrehen, von unten kurz bräunen lassen, dann gut abtropfen und auf ein Küchenkrepp legen. Gebt nicht gleich auf, wenn es beim ersten Mal nicht klappt und die Budis nicht aufgehen. Sie werden trotzdem gut schmecken. Mit etwas Übung habt ihr schnell den Dreh raus. Auch bei mir gehen nicht immer alle auf. Für das beste Ergebnis achtet drauf, dass eure Budis gleichmäßig dick und möglichst rund ausgerollt sind und das Öl auch noch heiß genug ist oder nicht etwa zu heiß geworden ist, weil das auch wieder den Budis schadet. Zunächst habe ich das Fett auf höchster Stufe erhitzt und dann runtergeschaltet auf Stufe 6 oder 7 von 9 Stufen. Bengalische Luchis werden übrigens absichtlich etwas heller gelassen. So hat jedes Bundesland seine eigenen Vorlieben. Wenn ihr sie noch knuspriger mögt, könnt ihr auch ein Esslöffel Grieß in den Teig mitverarbeiten. Wenn meine Mutter früher diese Brote gemacht hat, sind auch alle Nachbarskinder gekommen. Auch heute noch erinnern sie sich an den einzigartigen Geschmack dieser fritierten Ballonbrote. Ich liebe diesen Moment. Budis solltet ihr frisch essen. Man kann sie sowohl zu süßem als auch zu würzigen Curries kombinieren. Sehr beliebt ist die Kombination mit solchen Kartoffeln. Aber man isst sie auch sehr gerne zu indischem Grießpreis Sujigalva. Und natürlich könnt ihr daraus auch eine Riesenversion von unseren Bani-Budis machen. Die Rezepte haben wir euch alle verlinkt. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann lasst uns Kommentare und ein Abo mit aktivierter Glocke da. So einfach helft ihr uns beim Wachsen. Jetzt könnt ihr Budis einfach zu Hause nachbacken. Wir werden das Ganze jetzt mit unserem leckeren veganen Kartoffelcurry essen. Das Rezept findet ihr hier. Oder schaut doch einfach mal auf unsere Playlist für indische Brote. Dann sehen wir euch beim nächsten Video. Tschüss! Und dann sehen wir euch beim nächsten Video.